Next challenge, after the ring. Ok, Map 13... Ähm... Ah... Na gut, das hätte so nicht passieren müssen. Das ist auch nicht... Das ist recht nicht. Das... Äh, ja. Aber generell kann man das hier ja dann sich so machen, dass man hier einfach... Hier kann man ja hier einfach stehen bleiben praktisch und sich das dann dadurch ein bisschen vereinfachen. Den kleinen bisschen Splash Damage da, den kann ich vertragen. Aber wir haben ja auch noch auf Zeit ne Challenge praktisch. Huiuiui. Aber jetzt sterben sie. Tja... Und ich kann hier stehen bleiben und dabei zusehen. Hoffentlich sterben die auch direkt, weil die Crusher sind bald ganz unten. Das wäre ein bisschen ein Problem. Wenn die das dann erstmal überleben... Oh Gott, oh Gott. Oh je. Ja, ja. Sowohl die Crusher als auch... Ja, okay, alle Crusher werden sehr weit nach oben fahren. Aber der hier kommt wieder runter so langsam. Jetzt muss ich nur timen, dass ich da rechtzeitig hinwende, ohne dass ich zu viel ausweichen muss dann. Und jetzt... Naja, hat doch easy funktioniert. So, jetzt kann ich hier wieder stehen bleiben. Demnächst müssten hier eigentlich auch die Crusher, wo da drinnen sind, auch wieder... Ich meine die Crusher, die wo die angegriffen haben, die Cyberdemons, die werden da jetzt wahrscheinlich auch in den ewig langen Sektor hochfahren. Oh ja. Die haben halt ein bisschen eine andere Strecke zurückzulegen, wie die von... Also wie der Crusher, der Große hier in der Mitte. Jetzt ist halt die Frage, wie oft... Ah. Hat sich erledigt. Dann können wir jetzt ja wahrscheinlich gehen, nicht wahr? Yes. So, das ging wieder eigentlich ziemlich schnell. War eigentlich nur das letzte Level, wo man ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.